Hey, ist kein Ding, ich hab nicht unbedingt Hunger. Das sagst du doch nur, ups, Entschuldigung, das sagst du doch nur, weil du auch ein Stück willst hier. Das sagst du doch nur so, weil du auch ein Stück willst. Ah, ne, aber passt schon, ist nicht schlimm. Mach ich dann nachher schon. Schau mal, das passt von der Ton hier. Schau mal, Hexenmeister läuft rum und hat Ton. Komm, Gags, ein bisschen ver. Ach so, du vertrittst beide. Okay. Parteien, Mama und Papa, das ist ja, hey, G&P, grüß die Servas. Gags, Gags kann ich zu dir ziehen. Nope. Das Gags Gaming House ist noch nicht fertig. Jetzt lauft man hier mit Kontrollern wie hier rum. Aber schau dir mal an, mit der gleichen Schwierigkeit, Stufe 0,047, also mit Kontrollen ist es viel easier. Nein, ich bin satt, hatte heute lecker Fisch, Gemüse und Salat. Ihhh, was ist das, was, wie, was ist das Gemüse und Salat, was, wääääh. Ja, das mit dem Korb habe ich von Ria gelernt. Da ist sie, da ist sie richtig, ähm, Profi drin. Das hat sie ja ausgeskillt, deswegen. Habe ich es ganz gut drauf mittlerweile. Aktiviert beim Bremsassistenten, wenn du die, äh, ja. Ja, nee, also, so graus und wie die Frauen zu mir sind, bin ich zu euch Männern. Ja, hier, äh, Tiger, das ist dieser Mord-Scouti hier. Und wenn man eigentlich auf Full HD stellt, schaut das Spiel gar nicht so schlecht aus. Gibt es bei euch eigentlich flüssig im Stream? 40, H-Nadel rechts, öffnet sich, und links 5. 60, links 3. Jetzt erwirkt mich, erwirkt mich das Ding schon wieder, hey. Äh, wie nein, und weißt was, das Böse ist Ria? Ich kann auch noch einigermaßen gut kochen. Gags, ich gehe mal aufs Handy. Battleground, alles klar, bis gleich. Auf was für einer Skillstufe spielst du denn hier, äh, Tiger, Uppercut? Magst du mich bekochen, Kappa? Alles klar, danke dir. Ich habe immer so das Gefühl, wenn es so links-rechts um die Kurve geht, dann stoppt es so komisch. Ey, Invite, Invite, pausieren, und back to World of Warcraft. Warcraft. Ist krass, gell, wie das beschleunigt hier. Das ist am Mordsgaun hier so. Running! Ist klar, dass mich der Heiter nicht halt. Nee, noch nicht. Wir sind noch dabei hier. Moral ist da noch dabei und gedroppt ist es noch nicht. Wieso soll das auch? Das ist nur ein Spaß. Das Mord gibt es gar nicht. Das ist nur ein Gerücht. Das ist nur ein Gerücht. Das Mord gibt es gar nicht hier. Noch 5, aber ich werde gleich auf 6 stellen oder so. Ja, habe ich gerade gesehen. 5 ist schon, mit Controller ist 5 schon, äh, schon okay eigentlich. Und 6 ist dann wirklich halt eine Herausforderung noch. Nein, das ist nur ein Gerücht. Da richte ich mich noch meinen Gästen. Ey, sag, hau irgendwas raus, hier. Hau irgendwas raus, was wir alle mögen hier. Nichts fischiges, nicht salatiges, nichts komisches. Ja, gut. Gags, du sagst, zu einer Frau nichts komisches. Also, ne, das ist ja... Hat sich erledigt. Vegetarische Lasagne, aber alles selbst machen, bitte. Vegetarische Lasagne. Ja, na, 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 gut, okay. wenn es unbedingt vegetarisch sein muss muss man auch weniger aufstoßen mit einem nicht so ein bisschen nicht mehr so schwer machen mit fleisch an oder k kann man machen das ist nicht schlimm das kann man da kann man überreden das passt schon bb du kannst jetzt doch wieder EU spielen genau das werde ich auch tun hier bis zum bitteren ende aber währenddessen noch ein bisschen racing für die racing fans zwischendurch immer wieder ww einloggen in die warteschleife an und das racing für die racing fans so haben wir beide bei den genres abgedeckt in einem stream gellria real the house aber wundert mich echt dass du mein stream zweiter tage hintereinander schauen kannst dein apfel leistet schon einiges obwohl du jeden Tag bestimmt wissen was abweist so eingeloggt wieder umschauen und umwurschteln so und dann hier da der herrliche dritte ausnahmsweise Tim wäre kein Thema nur die Nudelplatten nämlich fertig 3 3 3 ich glaube die klicke und musste er zu spüren ist typischer Kontrollerspieler der Spur zurück da wollen wir in weiterer nun und dort ich mache Tage auch ein abgebilden Stuhl enttäuschen so dann gucken wir mal weiter so weit dann kann kann ich wieder mitmachen ich weiß nicht ach das ist ja aber na gut okay aber was mal wieder lecker wäre blätterteig taschen alles so exquisit das ist ja alles so das ist ja hier alles viel arbeit hier welchen möchte er nicht dass so viel arbeit das stecken die sind auch gut und was für ein schmarrn der ex so gut gelaunt heute das freut mich natürlich seitdem du da bist komischerweise schon davor weiß ich nicht das war aber werde der streng wir halten uns doch immer gegenseitig auf auch wenn ich manchmal zu weinen bringen wegen walking dead du hast ja schon davor geweint aber ich setze noch einen drauf alle müssen sterben diese tonlage das war doch lauter tonlage doch wirst du nicht sein komische kopf dahinten agilität um 10 und normal und jährlich Hör auf! Ja, ich pushe mich gerade etwas künstlich auf, da ich mich vorhin extrem aufgeregt und genervt habe. Von daher ist es hier so, was dann nachkommt. So wie du gesagt hast, von erstmal weinen, dann lachen, dann heulen, dann ausflippen und dann essen. Vom Tim, das ganze Essen. Deswegen ist das mehr oder weniger so overhyped irgendwas. Was auch immer hier sein soll, overhyped. So, mal wieder anmelden. Head this horse man. And racing fans, let's do it now. Und auf ein Day kann sich das gar nicht mehr geben und geht einfach. Passiert, passiert. Links 5, in 100 und rechts 6. Aber das ist nicht die gleiche wie vorhin eben. Oh, in Weid, so schnell geht es hier. Wir sind ja im Arminat. Geht zurück, zuck. That the monster. That the monster, hier. Ja, nur eins von deinem Liebling. Ich hatte gerade 5 Handhandenkurven drehteinander. Ja, so wie ich geister. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Sag die mir auch, ich fahr doch eh im Kreis. Was soll der Mist? Ich wollte mich doch nur verarschen hier, mit dem Kreisfahren. Weiß ich mal. Wir müssen jetzt rausgehen. Wir müssen jetzt rausgehen. Wir müssen rausgehen. Weiß ich mal rausgehen. Wir müssen rausgehen. Aber mit Kontrollers ist das easy. Du, das ist echt chillig mit Kontrollers hier. Hab ich das schon gesagt? Eigentlich ist es mit Kontrollers easy. Ich möchte mich ja nicht wiederholen. Und zack, 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 zack. Auf dem Handy kann ich das, aber wie, das beim PC ist keine Ahnung, was, nochmal den Text vorlesen, na, vergiss es gerade nicht, auch nicht, kann man die Liste mit den gesicherten, was, kann man die Liste mit den Gesichtern und zu hier am Handy abrufen? Achso, mit den Emotes. Also dieser Channel hatte keine Emotes, nur bei dem Channel selbst. Aber am Handy? Klar, Ria möchte denn die Energie ihres Bezirks nicht für uns verschwenden, sie macht es nur am Handy. Naja, so ist das hier. Zockst du eigentlich noch aktiv, AA, am PC? Geht da alles wieder? Oh Mann, wenn so ein Pflege einfach, dass du... Alles genau. Ja. Müsst ihr schon siezen, müsst ihr schon siezen hier. Dum, 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 dum. So ein paar Musikanspielen wären ganz cool hier. Da, rüh. Wer das Horstmann. Ja, heute mein Hasselbogen bekommt, Gags nice. Na cool, da bist du ja wieder voll aktiv hier. GZ, GZ. Ich würde mir irgendwelche Spiele spielen. Ich bin nur am sitzen und dumm schauen hier. Ich hätte mir eine Kohle ins Gefrierfachraum sollen. Weil schmeckt dann viel besser. Wann können wir morgen? Morgen um 17 Uhr können wir dann das komische E-Wolf spielen, okay. Das E-Mit-Dem-Wolf. Na ja, so halb. Someone has declined the invite. You have been returned to the front of the queue. Du, 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 du. Dum, 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 dum. Ach, geht das nicht mehr? Shit, habe ich hier die Taste ver... Ja, stimmt, ich hatte heute... Ich hatte heute... Ich muss mit anderen Mausgut spielen. Moment. Hier habe ich das hingewert. Nee, falsch, hier, da muss ich das in der Agenung. Komm. Jetzt, hier habe ich das hingewert. Ich muss mit anderen Mausgut spielen. Bei dem Charakter habe ich die andere Maus konfiguriert. Hier habe ich dann auch Autolaufen.